Die K-Messe ist traditionell für Greiner ein sehr wichtiger Termin, weil wir hier die Möglichkeit haben unseren Kunden und neuen Interessenten alle unsere Produkte zu präsentieren und daher ist die K immer ein zentraler Punkt bei allen unseren Überlegungen. Dieses Jahr steht unter dem Motto Digitalisierung in der Explosion, Digital Extrusion Solution unser Motto. Wir haben mehrere Innovationen. Wir zeigen auf unserem Messestand Profilmuster live und virtuell, insbesondere im Bereich von technischen Profilanwendungen, von der Profilberatung bis hin zu vollvernetzten automatisierten Gesamtanlagen. Und das zweite Highlight ist unser Extrusion Expert. Das ist ein Wissensmanagement-Software-Tool für Troubleshooting und Training für die Kunden in der Produktion. Wir planen für unsere Kunden vollständig vernetzte und automatisierte Gesamtanlagen umzusetzen, zur Steigerung der Produktionsqualität und der Profitabilität in der Produktion. Wir haben sehr viele Kunden begrüßen dürfen. Wir haben interessante Gespräche geführt. Wir haben mit den Kunden Lösungen entwickelt und diskutiert. Diese Lösungen werden wir dann gemeinsam mit ihnen umsetzen. Die Kunden freuen sich darauf, mit uns zusammenzuarbeiten. Es geht in die Digitalisierung und unser Ziel, das wir immer vor Augen haben, ist die vollautomatische Extrusion, die wir natürlich heute noch nicht haben. Aber das steht als Zielpunkt über allen unseren Überlegungen und den gemeinsamen Gesprächen mit Kunden aus dem technischen Bereich und aus dem Fensterbereich. Sehr gut! So endeavor!